Sales Stolperfallen. Fünf Aktionen, mit denen sich kein Gefallen tun. Die Bedarfsanalyse lief gut, ebenso die Nutzenargumentationen. Vor ihrem inneren Auge sehen sie bereits den Abschluss auftauchen. Und dann Bauchplatscher. Ich erlebe es immer wieder, dass sich selbst top vorbereitete Verkäufer noch um den Abschluss bringen. Oder sich um Kopf und Kragen reden und am Ende mit einem Auftrag heimgeben, der den Namen eigentlich nicht mehr verdient hat. Die Klassiker wie zu teuer oder günstigerer Mitbewerber kennen sie sich ja alle. Doch es gibt auch noch andere knifflige Sales Stolperfallen, mit denen sie sich selbst keinen Gefallen tun. Welche das sind und wie es ihnen künftig gelingt, sie elegant auszulassen, das erfahren sie in dieser Ausgabe von Limbeck Group TV. Lassen sie uns direkt mit Stolperfalle Nummer 1 starten. Sie wollen unbedingt gewinnen, sozusagen alle anderen besiegen. Gerade bei jüngeren Verkäufern erlebe ich es häufiger, dass sie Verkaufsgespräche als Wettbewerb sehen. Da wird sich im Team untereinander verglichen, wer die meisten Abschlüsse holt und am schnellsten klost. Und auch das Kundengespräch selbst wird leicht zum Schlagabtausch, wenn es in die Einwandbehandlung geht. Ich möchte es da nochmal in aller Klarheit sagen. Was bringt es ihnen, wenn sie den Kunden in Grund und Boden diskutieren und er schließlich kauft, weil er sich regelrecht genötigt fühlt. Darauf lässt sich sicher keine langfristige und vertrauensvolle Beziehung aufbauen. Natürlich ist gesunder Wettbewerb unter Kollegen völlig okay. Stolperfalle Nummer 2. Sich von Regeln ausbremsen lassen. Natürlich gibt es gewisse Basics beim Verkaufen, die wir alle mal zu Beginn unserer Karriere gelernt haben. Entscheidend ist jedoch, diese nicht als immer gültige Gesetze zu betrachten, sondern eher als Leitplanken, die in den Weg weisen. Ich habe schon Verkäufer im Training on the Job erlebt, bei denen ich mich gefragt habe, wieso geht er nicht auf den Kunden ein und gibt ihm mehr Informationen? Die Fragezeichen in seinen Augen sind doch mehr als eindeutig. Später darauf angesprochen, sagt mir der Verkäufer, dass das so in seinem Leitfaden aus der Einarbeitung stehen würde. Ich darauf hin, da steht, dass sie dem Kunden nicht die Infos geben sollen, die er haben will. Und der Verkäufer sagte dann, nein, das nicht, aber der Redeanteil des Kunden muss doch viel höher sein als meiner. Da kann ich ihm doch nicht die ganzen Details erläutern. Ebenso habe ich schon Sales-Mitarbeiter erlebt, die immer wieder auf die Uhr geschielt haben. Warum? Weil sie irgendwo gelesen hatten, dass zum Beispiel die Bedarfsanlösung länger als 10 Minuten dauern sollte. Zur Orientierung sind solche Tipps gut, keine Frage. Doch anstatt sie blind anzuwenden, sollten sie immer prüfen, ob sie zur Situation passen und in ihrer Branche überhaupt Sinn machen. Stolperfalle Nummer 3. Versprechen, das Unmögliche möglich zu machen. Ja klar, Herr Kunde, das bekommen wir hin. Der Vertrag ist unterschrieben und dann? Dann stellt sich heraus, dass Sie gar nicht die nötigen Ressourcen haben, um den individuellen Kundenwunsch zu erfüllen. Ihr Programmierer zum Beispiel die gewünschte CRM-Schnittstelle gar nicht bauen kann. Oder Ihnen für das gewünschte Hauptthema der Schulung ein Experte mit praktischer Erfahrung im Bereich Digital Leadership fehlt. Bleiben Sie klar, wahr und ehrlich. Verkaufen Sie nur das, was Sie auch leisten können. Nummer 4. Ohne Mühe Rabatte geben. Können wir nicht noch was am Preis machen? Sie wissen doch die Inflation. Auch mich haben schon Kunden offen herausgefragt, ob ich nicht noch was am Preis machen könnte. Wissen Sie, wie eine meiner Lieblingsantworten darauf lautet? Sie wollten mich jetzt bestimmt nur mal testen, um zu schauen, wie ich ein guter Verkäufer bin. Stimmt's? Ich bin einer der Besten bei uns. Und ja, der Preis ist, wie er ist. Meistens lacht der Kunde dann und das Thema ist vom Tisch. Natürlich braucht es dafür etwas Übung und vor allem Selbstbewusstsein. Und Sie müssen selber an Ihre Preise glauben. Trauen Sie sich. Wer sofort einknickt und mit dem Preis runtergeht, signalisiert seinem Kunden leicht, dass der Preis nicht realistisch war. Oder dass Sie möglicherweise Not haben, überhaupt etwas zu verkaufen. Beides keine so guten Standpunkte für eine Zusammenarbeit, wenn Sie mich fragen. Und last but not least, Kunden akzeptieren, die Sie eigentlich nicht wollen. Als junger Verkäufer war ich total darauf fixiert, die meisten Abschlüsse zu holen. Ja, ich war in diesem harten Wettbewerb. Ich wollte allen beweisen, dass ich der größte Held bin. Und ich war besonders stolz, wenn ich einen besonders herausfordernden Fisch an Land gezogen hatte. Auch heute freue ich mich noch sehr, wenn eine Unterschrift nach längeren Gesprächen doch noch zustande kommt. Allerdings schaue ich heute genauer hin. Denn meine Bitte an Sie, akzeptieren Sie nicht jeden Kunden. Wenn Sie schon in der Anbahnungsphase merken, dass Sie es mit einem schwierigen Menschen, auch wenn ich sage, die sind zum Lernen da, zu tun haben, und es sich qualvoll hinzieht, bis Sie an einen Tisch sitzen, und Sie wissen schon aus dem Bauch heraus, wow, das wird keine gute Relationship werden, dann lassen Sie es bitte. Die Erfahrung zeigt ja, dass diese Kundenbeziehung Ihnen keine Freude bereiten wird und ihm dann auch nicht. Hören Sie also mehr auf Ihr Bauchgefühl. Auch wenn die Zeiten gerade herausfordernd sind, bleiben Sie sich und Ihren Werten treu. Es bringt weder Ihnen noch Ihren Kunden etwas, wenn Sie eine Zusammenarbeit eingehen, bei der eine Seite eine Faust in der Tasche macht. Und auch, wenn Sie den Auftrag unbedingt holen wollen. Mensch, was habe ich früher gekämpft auf verlorenen Posten? Bitte vergessen Sie nicht, dass es beim Verkaufen eben nicht um Sieg oder Niederlage geht, sondern darum, dass Sie und Ihr Kunde gewinnen und Sie beide Spaß aneinander haben, und das möglicherweise langfristig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Glück auf, Ihr Martin Limbeck. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020